Hurra, wir haben alle Formenhaustiere. Die Formen zeigen wir. Ja. Formen zeigen wir. Pluto und ich haben Kisten, denn unsere Lieblingsform ist ein Würfel. Wie mein Haustierwürfel. Unsere Formen zeigen wir. Formen zeigen wir. Ich hab Bowlingkugeln. Meine Lieblingsform ist eine Kugel. Wie mein Haustierkugel. Unsere Formen zeigen wir. Formen zeigen wir. Ich hab Karottenkuchen mitgebracht. Meine Lieblingsform ist eine Pyramide. Wie mein Haustierpyramide. Unsere Formen zeigen wir. Formen zeigen wir. Ich hab Blumenvasen mitgebracht. Meine Lieblingsform ist ein Zylinder. So wie mein Haustierzylinder. Unsere Formen zeigen wir. Formen zeigen wir. Oh, ich hab meine Partyhüte mitgebracht. Weil meine Lieblingsform ein Kegel ist. Lass mich raten. So wie dein Haustierkegel. Ja. Unsere Formen zeigen wir. Ja, Formen zeigen wir. Roll Roll. Roll Roll. Roll Roll Roll.